Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, diesmal wieder zu FIFA 22. Und wie ihr es bereits sehen könnt, ich habe mich mal daran gesetzt und wir haben uns das Icon Pack, äh, ich sag mal erbastelt, wenn man es mal so nett formulieren kann. Ähm, wir werden das Ganze nicht einfach nur so aufmachen und gut ist, sondern wir werden ein Icon Roulette draus machen. Ich werde die ganze Aufnahme zwar noch behalten, ich schätze mal, ich werde sie hinten dran schneiden dann, die Animation von dem Pack. Allerdings werdet ihr das erst zum Ende sehen. Klar, ihr könnt euch jetzt spoilern, aber das wäre irgendwie langweilig, finde ich. Also, wenn es euch gefällt, lasst ganz gerne einen Daumen da. Wir starten jetzt mit dem Roulette. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier Schönes gezogen haben. Ich habe nebenbei noch jemanden mit in der Party, den hört ihr halt eben nicht. Äh, der schaut sich das Ganze hier gerade über Shareplay mit an und gibt uns dann so ein kleines Feedback darüber. So. Ich gucke gerade, Liga müssen wir auf Ikonen gehen. Ich habe auch schon eine Weile nicht mehr gemacht, so ein Roulette. So, wir fangen an mit Wales. Da, wir haben Gigs und Rush verfügbar, genau. Aber davon war es keiner, gut. Gibt es keinen, nein. Uruguay, Ungar, oh, Pushkasch würde ich fühlen. Pushy, Pushy. Ah, schade. So ein Pushkasch wäre cool gewesen, will ich ganz ehrlich. Ukraine? Näh. Jawohl, der ist es nicht. Ne? Immer noch besser als für manche andere Kandidaten, ne? Könnte es NetWert oder Tschech werden, ja. NetWert ist gut. Uns beide nicht. NetWert hätte ich aber gegönnt. Und NetWert, das gefällt mir extrem. Okay, damit sind wir wohl durch. Jetzt kommen wir zur S. Spanien. Top Nation ist das, ja genau. Serbien, könnte Wieditsch sein. Ja. Hätte ich gar nicht schlecht gefunden, Wieditsch. Schweden. Das wäre mies, ja. Ah, sehr schön, dass der das nicht ist. Schottland, arglisch. Das wäre halt schon schön gewesen, ne? Russland, die Mütze. Die Mütze ist es nicht. Beziehungsweise, es wäre ja nicht die Mütze. Die gibt es halt ja nur in einer höheren Version. Rumänien, Haji, Gesundheit. Ja, Roy Keane. Nicht Robby Keane, das kann man schnell mal verwechseln. Der ist es auch nicht. Portugals Top Nation. Ja, Lewandowski hat noch keine Ikone. Norwegen. Schade, schade. Den hätte ich gerne gewählt. Okay, die Geria, stopp. Geria. JJ Okocha. Würdest du dich freuen? Ich habe ihn. Ja, ist okay. Ich meine, klar. Er gibt es momentan als SPC, ne? Das ist halt das Problem. Das wäre, er wäre deutlich günstiger, wenn man ihn als SPC gecraftet hätte. 5, 4. Aber was ich gut finde bei Okocha, er ist eine RM-Karte. Und ich persönlich spiele ja eigentlich so gut wie gar keine RM. Weil ich spiele ja keine Flügelformation. Ihn könnte man halt eben auf der 10 spielen. Und ich könnte dann einen LM hinstellen, der ein guter Achter wäre. Und ich denke da zum Beispiel so ein bisschen Liebäugeln an so einen Schweinsteiger als Beispiel halt eben. Und damit wäre halt auch das Flügelproblem so ein bisschen gelöst. Wenn ich einen Flügel spielen will, der gut ist, könnte ich ihn auf den anderen stellen. Ja, also ich finde den schon relativ gut. Ja, hätte durchaus schlimmer sein können. Ist halt ein bisschen schade, weil als SPC hätte er weniger gekostet als als Pack. Aber ich nehme ihn mit. Sehr gerne sogar. Jo. Na gut. So viel zum Thema Icon Roulette. Ich finde, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gezogen habt. Oder wie ihr Okocha findet, falls ihr ihn schon mal getestet habt oder gegen ihn gespielt habt. Ansonsten, ja, haut rein. Lasst ganz gerne auch einen Daumen da. Würde mich freuen. Und jetzt kommt nochmal die Animation. Ciao. Das Pack geht auf. Also. Also. altika. Was ist das? Wie auch nice. Diese Frage wird mir. Was ist das? Weißt – das ist erne. Wohl. Sie müssen die controls. Ich mich nicht authorization sie Particip. Untertitelung des ZDF, 2020